Das ist ne Merkwunsch, komm Ready Player One, go Jetzt gehen wir mal ein bisschen trainieren hier Ich hab übrigens nicht gemerkt, dass ich das Monster immer mute Also auch hörenmäßig Deswegen wollte ich nie den Plan verraten, den ich gerade mache Weil ich dachte, irgendwer hört zu Kleiner Tipp, den ich gerade gelesen habe Wenn euch Spinnen angreifen, kann ich eure Position sehen Also wenn euch Spinnen Schaden zufügen Gut zu wissen Den Plan kennen wir noch nicht Okay, ich mach mal Ich mach mal Medic Ich nehm wieder Techniken Oha, ich bin mal wichtig Techniken Wie seh ich jetzt, ob der Typ unsichtbar ist und nicht? Äh, wollen wir nicht, falls es unsichtbar ist Hallo! Ich glaube, Taylor hat einfach gecheatet, um das zu wissen Ja Also ich schätz mir, er ist gerade unsichtbar Ja, ich bin Ja, ich bin Oh, geht mal in die Lüftungsschacht, da kommt die unten raus Er ist bei uns in der Nähe Er ist sichtbar Glaublich Lauf, Junge! Lauf! Guck mal in die Ecken Guck mal in die Ecken, dass er dann sparen kann Ah, ich kann nicht Ah, Mann! Sieh nicht! Mann! Guck mal in die Ecke 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 Also entweder er ist sehr nah dran oder sehr verflückt Guck mal in die Ecke Oh, er ist Oh, er ist Oh, er hat mich Er hat mich Hilfe! Nein, naaa Nicht damit gerechnet, dass ich langsam bin Oh, er kommt, er kommt, er kommt Komm, komm, komm Alter Komm, wir machen uns platt hier Nein! Er hat mich! Er hat mich! Meine Ecken Ja! Ah Mist! Mann! Oh, ja Wer ist hier? is hier? Fire! Fire! Du-du-du-du-du Wohne Fie Oh Geht auch! Oh når man füriert Ich habe keine Ahnung wie mein Typ funktioniert. Laufen, laufen, laufen. Ist ich hier ab? Ja, lautet. Braucht jemand Heilung? Oh Gott, schon wieder willst du mich verarschen? Ja, vor allem hier beide. Vor allem, dass die Steuerhunderschaft... Ja, was? Umgekehrt. Ach, das ist so ein Witz. Oh Mann, da ist der... Zwei nehmen, tschüss. Nein! Ach, ich sehe die Falle auch noch. Nein, er ist hier! Ja, er hat mich. Nee, ich sehe die Falle auch noch. Ja, ich sehe die Falle auch noch. Ich habe keine Ahnung, kein Kieler. Ja, ich sehe die Falle auch noch. ich glaube es ist sichtbar ich glaube einfach weiter das auf ich weiß nicht mehr runter er ist nicht mal direkt er kommt ich habe den generator guck mal dass die nichts vor nein Scheiße! Bin tot. Oh, da ist mein Geist. Habi! Komm her weg! Warte, warte, komm rein! Dass man ihm gar nicht weiter angreifen kann ist so schwachsinnig. Er kann ihn gar nicht angreifen irgendwie. Ah, pfuh, sehr gut. Dann nehmt ihr den mal, dann kann ich blenden. Ja, komm her, komm her. Oh, falle? Ja, der ist unsichbar, der kann aber hier nicht fahren. Der ist aber sehr in der Nähe. Ja, guck mal da oben hin, dass er nicht fahren kann. Der ist super in der Nähe. Greif the lift. Oh ja, jetzt geht das los. Oh, shit. Ach, Mann, ist das langsam, das Scheißteil. Sie stellen ne turret auf. Müssen nur aufpassen, dass sie hier nicht draufkommt. Ich weiß noch nicht ganz, wie wir das machen, aber... Oh Gott. Ist er hier drauf? Ja, au. Ei, sag doch was! Hat er doch, au. ... Ach, mach mal weg, ich krieg mich niemals. Ach, mach mal weg, ich krieg mich niemals. Ach, mach mal weg. Tschüss. Ich krieg mich niemals. Ach, ja, ist auch gleich dran. Niemals, Sakura. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh, no! What? Wo kommt der denn? Ja, ah, ja. Was denn? Das... Scheiße. Da steht er. Er nimmt sich viel mehr, glaub ich. Kann er so fallen stellen? Da ist er, da ist er. Er hat mich. Komm weiter. Ich hole nicht raus. Nein. Da haben wir hier wohl einen Schacht oder so. Oh Gott. Da war eben einer. Jetzt ist er da. Ich habe einer Raum oder so. Komm, wir, äh... Wir verstecken uns einfach auf die Toiletten. Nein, das war's. Nein, das war's. Er ist von mir, glaube ich. Er ist nicht mehr von mir. Komm, 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 komm. Hier ist ein Löffel Schacht. Ja. Was? Heppich, heppich. Er ist geblendet. Lauf. Rein da. Ja, komm. Oh, sehr schön. Oh, 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 oh. Juhu. Ihr macht die Mission, ich hole Dings da, Yanni. Ja. Oder ihr macht irgendwas, ich hole Yanni. Wir müssen nur noch da hochfahren. Oh, ich kann eine Annäherungsmine machen. Das ist geil. Oh, die können wir auf das Fahrding stellen. Ja. Ah, nein. Nein. So, jetzt hat der Typ keine Chance mehr. Renn, 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 renn. Mach die Tür zu, Mann. Müssen wir nicht da runter? So, Gott sei Dank, Mann, gibt's die Pumpgarn. Auf alles. So, lass einfach alle vier da drauf. Ja. Ich stehe an der Tür. Nein. Ach, Mann. Warte, 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 warte. Nein, ich bin in der Falle. Und alles ist scheiße. Du, Alter, was war das denn? Das war meine Pumpgarn. So, ich fahre. Ja, Mensch, du bist halb tot. Konstant so. Wo fährt das Ding runter? Mach doch was! Ach, was? Ach, das Ding. War da eff. Weiß nicht, ob das es bringt. Ach, sicher nicht. Stirb. Komm, Leute, rüber hoch. Ei! Stirb! Stirb! Er ist so! Er ist so! Jetzt schnell, schnell, schnell! Ich drücke. Komm, 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 komm. Auf der Gate. Wir sind auch hier rüber. Lauf, 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 lauf. Ihr schafft das! Trepp hoch. Dumm. Super. Alles gut, ich hab mich für's Team geauftragt. Oh, ja, 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 ja. Wir haben's gleich, wir haben's gleich, wir haben's gleich. Er kommt hoch. Er kommt hoch. I'll patch you right up. That's it? Our trial, is that it? Escape, escape! Wo ist das dort? Wo ist das dort? Ja, hier. Ja, wo ist durch? We need to get through the gate. Ah, ja. Ja, wir müssen jetzt rechts, rechts. Hier, exit. Rechts. Und dann nochmal rechts. Und rechts. Ja, einfach geradeaus. Und einfach da durch jetzt. Jawoll! Ja! Ja! Geil, Mann! War's da, die wollte ich spannend halten. Ja, Moritz, es tut uns leid. Ich hab mich gewehrt. Ich wusste, dass unser Lift so schnell vorbei ist, sonst hätte ich noch ein bisschen mehr gemacht. Das war ja irgendwie nur so zwei Tankfüllungen musstet ihr machen, ne Lift hochfahren und dann war schon die Tür, oder? Ja, aber der scheiß Lift, der fährt verdammt langsam. Das war noch drei Tankfüllung. Ah, okay. Trotzdem, die Map kam mir irgendwie sehr klein vorher zum Ende. Aber cool. Hat Spaß gemacht, in der Ecken aufzutauchen und jemanden mit der Kette so rauszuziehen. Ich wurde einfach mal von diesem Lift runtergezogen. Ja! Da dachte ich mir auch so, geht das? Woher weiß ich eigentlich, ob du in der Nähe bist, oder nicht? Blau ist, ich bin nicht lebendig vorhanden. Also ich bin in der Geistergestalt, grün ist, ich bin in der Fleischigengestalt. Okay. Und wenn die Ausschläge groß sind, dann bin ich in der Nähe. Und mein Tracker ist der cool, dann von einem Splashding, ne? Ja, genau. Okay. 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 Okay.